Das war echt knapp noch, ne? Nee, Luigi bekommt ja immer Menschen von ihm. Ja! Betrug! Ich sag Betrug! Oh Gott, bitte nicht. Wieso? Du drück das, zeig ich an. Setz mal. Ha, gut. Brauchen wir eigentlich noch weiterspielen? Oh, was ist das? Mal gucken, wie passiert. Ach so! 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 Du hast sofort weiß. Eddy ist der Autor dieser Runde auf jeden Fall. Shotgun. Es zeigt ruhig, wie es geht hier. Hau den Bowser. Den würd ich auch gern hauen. Einfach schlagen. Fisch! Gott einem! Ist das nicht die Sternteilposition? Ja. Ich hab ja München. Also Logi, du wärst beschert, wenn Paddy kurz am Stern ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich glaub für diesen Zweck hatte das. Habe ich ins Geld als Schlüssel? Ne. Ja, dann geh ich mal da lang, ne. Noch ein Tipp. Nee. Was ist denn heute los, alter? Ja, ich helfe mal. Nessi, nehm's. Das muss mal aggressiver sein. Das muss mal richtig aggressiv sein. Nessiiiiiiiiiii! Do 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 do. Komm, Bowser. Jetzt mau jetzt. Was ist denn ich schon habe? Ich weiß jetzt auch, wie das hier funktioniert. Da, wo du Arschbommer machst, zwei weiter, nimmt er das Item. Dieser Patrick. Was denn? Der Analyst ist wieder da. Buschbongo, ey. Nee, ich hätte den über... Och nein. Das ist ja eher ein Spiele in diesem Let's Play. Ja, kurz vorm Ziel, ne? Ja, toll. Steuerung ist so ungenau, finde ich. Ach komm. Machst du euch mal vor, müsst ihr jedes Mal zurück, wenn man da reinspringt, mit dem Block. Boah, das wäre so ein Tilgent, Junge. Paddy gewinnt eh wieder. Ja. Gibt es Seilen, Til, wirklich? Ja. Er hat da, wo ich lebe. Er hat zwei Sterne? Ja, er hat ja schon die ganze Zeit. Das hält er jetzt auf. Och komm. Oh, da, ein Stern. Ja, gönn dir, komm, gönn dir den, gönn dir den. Nee, ich gönn ihm Laune, wirklich. Ja, ich bin glücklich. Ja, nachdem man nur, nachdem man nur einen Skelettschlüssel bekommen hat, ist es aber auch, das ist... ...was mehr als nötig. Weil ich persönlich habe eh keine Chance mehr in dieser Runde. Man hat immer Chancen. Stimmt, du hast beim letzten Mal auch noch knapp gewonnen, aber du hast auch noch gewonnen beim ersten Brett, du bist so knapp, weil wir nochmal verlängert haben. Das weiß ich nicht, ob das wirklich deswegen war. Weil ich glaube, sonst wäre es nicht so gut ausgegangen für dich. Da hast du ja den Zulassungen nochmal aufgeholt. Ja, da kann ich nur spekulieren. Mit Spekulatius? Mh, lecker. Ja, man kann das ja alles zurückrechnen, tatsächlich. Wenn man keine Lerbis hat, kann man das tun, oder? Ah, das kämpft. Oh, cool. Oh nein. Was muss man noch? Ah, okay. Antwort aussehen, Antwort aussehen, Antwort aussehen. In der Zetteteilbeschreibung. Start! Äh, 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 äh. Äh, 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 äh,消GS tipps. Äh, 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 stoppa! Knopf. Schade. Alter. Nee, keine Ahnung. Das ist eine Schätzfrage. Okay. Guck ich mir mal Luigi an, wie bei ihm ein paar Dinger fehlen. Äh. Ja, komm. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Du hast gerade Z gedrückt. Stacy war doch Z, oder nicht? Nein, du musstest B drücken. Hab ich mich verguckt, ob du... Du hast auf Peach gedrückt. Ah, fuck, hier Peach und Stacy verwechselt. Ähm, Fifty-Fifty. Hey, ich hab doch gedrückt. Ja, Fifty-Fifty, ich drück mal nichts. Ich hab doch gedrückt. Hallo? Ich hab doch gedrückt. Oh Gott, ne Schätzfrage wieder. Äh. Ah. Das könnte sich jetzt mal ein bisschen hinziehen. Fini! Tra! 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 Du denkst dich jetzt... Wir haben gehört, Lugi sagt, das kann sich ein bisschen hinziehen. Jetzt haben wir keinen Bock mehr. Oh Gott. Oh Gott. Der provoziert uns nicht. Und Yoshi hat was gesagt. Alles klar, wir beenden das Spiel. Oh. Der hat wieder ganz natürlich ganz andere Items. Zum Glück ist er bestimmt nicht dabei. Warum zum Glück? Obwohl, ja. Verdammt. Bei Lugi ist es erstens nicht schlimm und zweitens hat Baby Bowser dieses Item nicht. Bei Zauberlapel. Höchstens genau das Gegenstück davon. Oh, er hat's geschafft. Chance-Time! Auch so eine Chance für mich? Ja. Ich mach jetzt keinen Scheiß, Lugi. Ich schwör's dir. Du hast Paddy alles. Ja, ich denk mal, ich bin jetzt dran. So, fang mal an. Ich sage, Paddy kriegt alles. Wer muss ran? Du selber. Toll gemacht, Lugi. Und wer gibt's denn... Mann! Mach mir nicht einen Stern. Ach, komm. Ach, komm, ey. Die Runde ist sowas von besiegelt. Oh, Mann. Schade, ich dachte, er ist kaum noch mal tot. Nee. Pass auf, pass auf. Pass auf. Pass auf. Nein. Ich muss jetzt drücken, obwohl das nichts bringt. Was? Alter. Einfach mal für die 20 Münzen. Warum nicht? Ist doppel. Das ist, weil du gedrückt und nicht gedrückt hast. Wenn du gedrückt hättest, wären es wahrscheinlich 12 oder 13 gewesen. Ach, nein, ich taus, taus das Theater. Das war Back, der Mini-Spiel. Oh, nein. Hilfe. Ich weiß nicht, wen ich ausgewählt habe. Okay, gut. Oh, 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 oh. Yeah! Fuck. Alles mal tanzen. Jetzt wird getanzt. Elzela wird getanzt. Erstmal Metal-Tanz-Videos machen. GK, GK. Okay, das ist einfach. Uff, jetzt hab ich das schon. B, B, G, K, GK. Hat er wieder. Geil, Schleck, bitte. Bin ich sofort da rein, Honem. Es kann nur besser werden. Für mich zumindest. Logi, du hast was da zu tun ist, ne? Mh, dammit. Das ist ein Bann. Naja, zumindest hast du einen Teil wieder zurück. Geht das doch gut. Ja, und wenn man jetzt das rein, so... ...prozentual, ich weiß jetzt nicht, ähm... ...wenn man das nach dem Maßstab sieht, dass er vorher 50, ich jetzt 100 hatte, ich hab ihm 25 abgenommen, dann hätte er mir theoretisch 50 abgenommen, hätte ich nichts gemacht. Was willst du? Ich bin die Pilzfee aus der Lampe von Kroon. Hm, du willst, dass ich den Stern an einem an anderen Stelle setze? Bitte, mach ich nur Drain, tuta. Ich find kein Logis, wo er es mal vor ist. Entschuldigung, aber du bist jetzt auf der anderen Feld gesetzt. Und los. Fungus, Fungus! Fungus, Fungus. Fungus, Fungus. Ey, da bin ich grad eben vorbei. Nein, ich kann's mir eh nicht leisen. WIRDST DU MICH VERAR SCHEN. Was hab ich gesagt? Du bist der Fake-Stern. also es wäre lustig wenn es ist der nicht ist der andere feld ständig wissen wir heute kommt 50 ausgeschlossen plane dance auch nicht das was waren hier noch mal einfach nur springen glaube ich scheiße ich weiß nicht wie man sich bewegt mit dem c-stick oder der lecker der lecker hat scheiße ja das war gemein ist scheiß mini spiel ach man genau der macht mit meinem originalen n64-kontroll na gut ich kann meinen einsatz hier zurück Ich höre euch nicht in der Worte. Busch. Ach komm. Das Bösch ist im Busch. Ach, das war dieses, ich packe meinen Kupfer. Kupfer, genau. Kupfer. Ja, ich packe einfach meinen Kupfer. Kupferleitung. Ich packe meinen Kupfer. War das schnell als... Ja. Hey, ich hab doch... Wozu drücke ich die Knöpfe? Wozu? Was? Okay, ich hätte eh einen Fehler gemacht nach... nach Z. Ich hätte BZBA gemacht. Ich sag's gleich mal. Und ich sag's ihm noch vor, weißt du? BZ... Ach, Mann. Ich sag's doch, ich sag's euch vor ihm, was? Das ist ein Scheißspiel. Du hast mich gerade mit deiner Aussage verwirrt. Wenn man die versteht. Das, weil ich's in dem Moment gesagt hab, aber... Wie? BZABZ wär's jetzt gewesen. Komm, komm, bitte, 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 bitte. Das ist der Fake-Stern. Nein, ist er nicht! Neu. Sehr gut. Boah, 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 boah. Ich will gar nicht. Gönn dir das, gönn dir das. Ist nicht dein Logi in der Nähe? Nee, wa? Doch. Nee. Doch, bist du. Ich kann ihn mir eh nicht leisten, also brauchst du gar nicht so lachen. Also, aber es ist schon lustig. Wenn ich's mehr leisten könnte, meinst du? Dann wär's wirklich lustig. Ja, no name, hold ja auf. Da boi. Find ich gut. Find ich gut. Ja, ich auch. Ich krieg nicht gleich die Bombe-Sterne. Nein. Das ist ein Fake-Stern für meine Logi. Mini-Spiel-Stern wird knapp, weil du ziemlich viel gewonnen hast, no name.